Der Bike-Obstatek begrüßt Sie recht herzlich. Das erste Rennen Nummer 15 Sekunden und die Mädels, die gehen jetzt an. Los geht's, auf geht's! Hopp, 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 auf Mädels! Super Vorstellung am Sonntagmorgen! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Jawohl! Los, raus! Bis durch! Letzte Runde jetzt für die Nummer 26. Und wir sehen den Zieleinlauf. Die neue österreichische Meisterin im Short-Track heißt Cornelia Holland, Naturfreunde Wilhelmsburg, Niederösterreich. Dann geht der zweite Platz an Viktoria Kratzer vom Racing Team Heiming aus Tirol. Rang drei gratuliere Tamara Wiedmann vom Brunex Feld Factory Team. Rang drei gratuliere Tamara Wiedmann vom Brunex Feld Factory Team.